willkommen zurück ich bin gordon und in dieser folge geht es etwas ungewöhnlich um software und algorithmen genauer um die in ballistik rechnung wer die software quick load kennt und nutzt ist ziemlich begeistert von der möglichkeit dass man mit hilfe einer software eine abschätzung zu einer laborierung vornehmen kann insbesondere ist das tool hilfreich um zum beispiel eine brauchbare pulvergeschoss kombination für ausgefallene kaliber zu finden die in ladetabellen eher stiefmütterlich behandelt werden wer meine wieder ladefolgen schaut sieht auch oft ein screenshot von einer solchen kalkulation zu bestimmten laborierung und deren abstufung was macht quick load hier eigentlich genau intern wird bei quick load eine simulationsrechnung vorgenommen welche den abrand des pulvers der dabei entstehenden gase drücke und energie anhand eines formalismus berechnet der auf wissenschaftliche untersuchungen beruht deren entwicklung wiederum bis über 100 jahre zurückreichen was mich dabei interessiert hat ist wie ein solcher formalismus aussieht bzw auch welche algorithmen hier in quick load verwendet werden da man schlecht in die software hineinschauen kann und auch keine detaillierten informationen darüber vorliegen habe ich in der literatur zu diesem thema gesucht und mich belesen ein werk fällt dabei besonders auf und zwar das waffentechnische taschenbuch von rheinmetall dort wird im detail anhand eines beispiels beschrieben wie eine solche rechnung aussehen kann davon mal abgesehen dass dieses taschenbuch auch sonst hoch interessant ist fällt dabei auf dass quick load hier dieselben bezeichner für entsprechende basiswerte nutzt wie zum beispiel b a für den abrand koeffizienten und so weiter da in der literatur sonst andere bezeichner gewählt werden ist es ziemlich plausibel dass der formalismus in quick load genau jene algorithmen als basis haben welche im waffentechnischen taschenbuch von rheinmetall aufgezeigt werden wenn euch das interessiert sucht nach dem titel rheinmetall waffentechnisches taschenbuch es kursiert ein pdf davon im netz aufgrund urheberrechtlich ungeklärter lage kann ich euch das hier nicht verlinken aber mit den zusatzwörtern pdf download und archive findet ihr das bei google ziemlich schnell im waffentechnischen taschenbuch wird ab seite 70 die in ballistische kalkulation im detail inklusive eines beispiels erläutert die dort angeführten differenzialgleichungen sind als basis für die rechnung zu verstehen sie behandeln den fall für einen treibladungspulver das gleichmäßig abbrennt weil die gleichungen dafür wesentlich einfacher sind die verschiedenen treibladungspulver haben verschiedene abbrand charakteristika das heißt je nach typ verbrennt das pulver im laufe der druckentwicklung mit unterschiedlich schneller geschwindigkeit solche pulver sind dann progressiv degressiv oder eine kombination daraus damit lässt sich beeinflussen ob zb ein geschoss in einem längeren lauf stärker beschleunigt wird und gleichzeitig aber der druck dabei niedrig bleiben kann diese charakteristik wird durch eine sogenannte formfunktion spezifiziert und diese formfunktion beschreibt dann mathematisch angenähert das verhalten des pulvers während des abbrands für eine korrekte implementierung muss man also die differenzialgleichung aus dem taschenbuch mit eingebauter formfunktion lösen das ist offensichtlich dann genau der formalismus den quicklord auch für seine simulationsrechnung benutzt meiner neugier folgend habe ich nun das ganze nachvollzogen und in einem eigenen testprogramm verpackt das ich euch hier zeigen möchte es handelt sich dabei um ein reines entwicklungsprogramm zur textuellen und grafischen anzeige von werten die die algorithmen ausspucken so kann man das ganze visuell erfassen und natürlich auch direkt mit rechnungen von quicklord vergleichen anfangs musste man die ganzen basiswerte in das testprogramm noch von hand eingeben da aber die leute aus unserem entwickler chat die software ergebnisse anhand eigener laborierungen prüfen wollen hat die aktuelle version jetzt dann auch die möglichkeit eine gespeicherte quicklord laborierung einzuladen wir haben auf discord einen kleinen privaten entwickler chat zum programm wer selbst quicklord besitzt oder eigene geprüfte ladung mit mündungsgeschwindigkeit hat und dabei mithelfen will das mit den ergebnissen vom testprogramm gegen zu prüfen kann gerne in den wiederlade chat auf dem let's shoot discord server kommen und sich dann melden oder einfach auch den werdegang verfolgen den link zum wiederlade chat findet ihr auf meiner youtube kanal seite oben rechts im titelbild oder in der video beschreibung auch wenn die lösung der differenzialgleichung nicht abgeschlossen ist zeigt das programm bereits werte die sich kaum von quicklord unterscheiden ich selbst bin kein mathematiker daher freue ich mich umso mehr dass hier leute aus unserem entwickler chat hilfreich dabei sind sich ebenfalls an den differenzialgleichungen zu versuchen weil eine vollständige lösung mit zusätzlichen funktionen noch einige möglichkeiten mehr bietet als mein aktueller stand sollte ein mathematiker unter euch sein der ebenfalls mithelfen möchte kann sich gerne melden sollte die entwicklung weiterhin so erfolgreich sein ist in zukunft eine möglichst freie alternative zu quicklord im bereich des machbaren quicklord ist derzeit für privatanwender mehr oder weniger die einzige software dieser art so ist es ein wichtiges und gutes werkzeug aber insbesondere was die grafische benutzerschnittstelle betrifft nicht mehr ganz so auf der höhe der zeit von einer modernen gui abgesehen ist aber allein schon die möglichkeit zu einer alternative sicher keine so schlechte nachricht denke ich mal die bereits auch im chat genannten anforderungen und ideen wie zb moderne gui mehrere laborierungen parallel laden einfacher export von zb einer laborierung inklusive druck diagramm grafisch angezeigte abstufungen zum finden einer ladeleiter und auch community funktionen also eine schnittstelle wo anwender laborierungen geschosse oder neue beziehungsweise angepasste pulverdaten aus dem programm heraus anderen zur verfügung stellen können sind denkbar hier kommt dann natürlich auch die frage auf wo man die daten für pulver oder geschosse her bekommt aus urheberrechtlichen gründen kann man ja schlecht die daten von quickload direkt kopieren außerdem sind sie oftmals auch ziemlich veraltet die geschossdaten können in der regel bei den herstellern als liste heruntergeladen werden und können dann so in eine datenbank wandern die kaliberdaten sind zumindest im falle von cip ebenfalls öffentlich verfügbar die pulverdaten sind leider nur zum teil direkt beim pulverhersteller herunterzuladen oder auf anfrage als quickload datei beziehbar hierfür eine importfunktion zu implementieren ist zwar kein problem bei anderen daten ist hier auch die community gefragt welche die privadaten dann von hand einpflegt ich will und kann natürlich hier für nichts garantieren aber ein anfang ist gemacht insbesondere die beschäftigung mit der thematik ist zumindest für mich hochinteressant schreibt mir doch mal eure meinungen dazu unten in die kommentare oder kommt in den wieder lade chat ich freue mich auf eure resonanz so das war es auch schon wieder ich bedanke mich fürs zuschauen bis dahin